Cheerio Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Fernsehvideo auf meinem Kanal Neue Begrüßung? Neue Begrüßung ist am Start? Jetzt kommt so ein Piep So Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Heute gibt es die Thunder Kong Headbangers von Leslie Zum ersten Mal auf meinem Kanal, hatte ich noch nie, wie denn auch, sind ja 1.3G Habt ihr nämlich bei Feuerwerkland gekauft Unboxing dazu findet ihr hier 28 NEM sind auf der Packung Wie gesagt von Leslie in F2 So richtig schöne Salut-Raketen Guckt uns mal eine an So sieht das gute Stück aus Wie man es kennt, Thunder Kong auf dem Logo Auf der Rakete natürlich, also Thunder Kong Logo Und ja, weiter gibt es da gar nichts zu sagen Ich würde sagen, wir ballern jetzt ein bisschen Thunder Kong Headbangers Ich freue mich, ich hoffe ihr auch Bis gleich zur Zündung Leute So Leute, jetzt der Test der Headbanger Charge dieses Jahr aus dem Feuerwerkland Und gucken wir mal, was die können Hallo Waren glaube ich Mikro-Sterne, aber schon geil Schon gut Und eine zweite Ich würde sagen, das Ding stellt mich noch ein bisschen weiter rüber Junge, das war extremst knapp So, jetzt noch eine Headbanger Die sind auf jeden Fall relativ gut dieses Jahr Heller Klang Aber schön Und die Rauchfacke, Alter, die brennt immer noch Silvester Jungs Hört ihr das Humoren? Voll, voll Freude Vorfreude on Mars, Alter Warum dampft die? Die Rakete geht auf Lennart seinen Nacken Lennart, warum ziehst du dich hier aus? Sag mal was zum Sachverhalt Es ist warm, fast wie Sommer hier Wirklich, ist wirklich so, Alter Krass